Hayao Miyazaki Wenn der Wald erstmal gerodet und die Wölfe ausgerottet sind, wird das hier ein blühendes, reiches Land werden. Es ist ein Kampf, der die Gewalten der Natur aus dem Gleichgewicht zu bringen droht. Die Menschen werden diese Schlacht nie vergessen. Das Schicksal der Erde hängt nun von dem Mut einer Prinzessin ab. Ich hab vor dem Tod keine Angst, weil ich damit nur die Menschen auf unserem Wald vertreiben kann. Und der Tapferkeit eines einzelnen Kriegers. Ihr kämpft wie ein Versessener. Ja, was genau willst du hier eigentlich? Mit ungetrübtem Blick die Wahrheit sehen. Das will ich. So, nun passt alle gut auf. Ich zeige euch, wie man einen Gott umbringt. Feuer! Feuer! Deinem Schicksal kannst du nicht entgehen, mein Prinz. Aber du kannst ihm mutig entgegentreten. Prinzessin Mononoke Deinem Schicksal 90 Euro точно passt in mehr. Untertitelung des ZDF, 2020